. . . . . . Du scheiße, Daniel, warum hast du das gemacht? Das ist ein freies Glanz, ja? Freie Wahl, ja? Ich kann es stimmen, für wen ich will. Du bist mir total in den Rücken gefallen. Musst du erst kotzen oder krieg ich jemand eine Erklärung? Scheiße kriegst du. Womit erpresst du dich? Nein, ich... Was dann? Was ist es dann, Daniel? Was ist denn passiert? Was auch immer es ist, wir finden gemeinsam eine Lösung. Hm. So wie es im Haus? Du hast gesagt, wir werden nicht geräumt. Ich hab dir vertraut. Was ist das jetzt? Rache oder was? Olaf ist ein Arschlach. Dann weiß man wenigstens, woran man ist. Scheiße, oder? Ja? Arsch zu werden. Nächster. Okay. Aber da weg.